Hallo, hier ist wieder schon Ninja. Ja, es geht weiter mit der Besprechung für das Yu-Gi-Oh! Turnier, was am Samstag sein wird. Das sind immerhin nur noch zwei Tage. Heute ist schon Donnerstag. Und ich wollte Bescheid geben, wie der Plan ist. Also wir sind jetzt schon sage und schreibe. 28 Leute. Immerhin eine gerade Zahl. Wobei ich weiß nicht bei ihm hier, ob er überhaupt kann, weil er steht leider erst später und ab 16 Uhr. Das könnte natürlich zum Verhängnis werden. Das müssen wir mal gucken. Aber im Gegengesetz zu meinen bisherigen Angaben wird es darauf hinauslaufen, dass es nur noch Einzelduelle geben wird. Weil 28 Leute ist echt viel. Von den 28 Leuten muss jeder gegen jeden spielen. Also das sind unzählige Duelle. 27x27. Und ja, das wird einfach zu lange dauern. Ich werde es so machen, dass wir die Spieler in gleichmäßige Gruppen aufsteilen werden. Und dass man sich vielleicht untereinander selber so ein bisschen mit organisiert. Dazu wird es natürlich den Stream geben, den ihr auch in der Videobeschreibung wiederfinden werdet. Einige von euch waren ja gestern schon mit drauf und haben ja vier Stunden mit mir Yu-Gi-Oh! gezockt als Testaufnahme. Ich wäre sehr erfreut darüber, wenn ihr euch da mal anmelden könnt. Ihr könnt den Stream auch ohne die Anmeldung gucken, aber dann könnt ihr nicht kommentieren. Und auch so kann man mit euch im Chat keinerlei Einstellungen vornehmen. Und das ist ein bisschen blöd. Mach das mal bitte. Weil dann wird es so laufen, ich werde auch mitspielen. Ich hatte schon überlegt, das nicht zu tun. Und werde meine Duelle dann so gestalten, dass ich nur den Ton übertrage, äh nur das Video und den Ingame-Sound aber selbst Mikrofon nicht sagen werde. Also entweder läuft dann der Spiel-Sound oder ich lasse im Hintergrund auch eine chillige Musik laufen. Die hört ihr ja dann auch, wenn ihr im Stream seid. Könnt ihr ja auch muten, wie wir das wollen. Ähm, hat zur Folge, dass ich mit meinem gelabere, wenn wirklich sechs, sieben, acht oder mehr Duelle gleichzeitig sind, damit wir halbwegs gleichzeitig fertig werden und nicht bis 22 Uhr oder den nächsten Tag noch brauchen. Äh, dass ich euch dann nicht irgendwie reinrede und euch behindere oder sonst was. So, ab und an wird es dann aber so sein, dass es Pausen geben wird und dann werde ich die in Zwischenstand verkünden und werde meine Liste, die jetzt gerade nicht aktuell ist, ähm, ähm, das ist sowieso die falsche, ach ja, Vorführeffekt, weiß ich nur nicht, da könnte sie sein. Wird dann hier die Punkte eintragen und wie es momentan aussieht, aber generell ist es auch gut, weil die Duelle dauern ja nicht immer gleich lange und so können die Leute, die, äh, mit ihren Duellen fertig sind, die finden sich ja dann wieder alle mal in dem Chat ein, wo dann ca. 28 Leute drin sein sollten und dann kann man untereinander ja auch selbst wieder ein Duell vereinbaren. Wegen den Siegen wird mein Kumpel eine Webseite machen, deswegen kann ich gerade zu den Gruppenaufstellungen noch nichts sagen, weil die Webseite noch nicht steht. Ich hoffe, das wird heute oder morgen fertig noch. Und da wird es vielleicht oder definitiv darauf hinauslaufen, dass jeder von euch da selbst die, ähm, ja, den Ausgang des Duells eintragen kann. Ich warne jetzt schon mal, wenn einer schummelt und das kommt raus, dann wird er vom ganzen Turnier disqualifiziert und ich hoffe nicht, dass es darauf hinauslaufen wird, weil wir wollen unseren Spaß haben, wir wollen zusammen Yu-Gi-Oh! spielen und die Zeit genießen und was auch immer und ich hoffe nicht, dass da einer unfair spielen wird. Für den Fall, dass es passieren könnte, will ich es so haben, dass jeder sein Duell, egal gegen wen er spielt, auch gegen mich, ruhig die Replays speichert, dass man hinterher, ähm, ja, dass man hinterher, äh, noch einen Beweis hat, wer denn nun gewonnen hat und wer nicht. Wir hatten es in letzter Zeit öfters mal, dass Yu-Gi-Oh! nicht so rund lief und mal abgebrochen, abgestürzt ist. Dann würde ich entweder so sagen, wenn es wirklich noch am Anfang war und beide noch genug Lebenspunkte haben, dann macht man einfach ein Rematch. Natürlich hat dann der andere vielleicht einen Nachteil, weil er dann vielleicht gute Karten zieht und man selber schlechte und vorher war es andersrum. Aber dann ist das leider so, das können wir nicht ändern, bis die Situation wieder andersrum entsteht, beziehungsweise kann es ja keiner nachweisen, dass es so war. Ähm, sollte es aber kurz vor Ende sein und der Gegner überrennt dich gerade, dann ist es klar, dass der Sieg eigentlich ihm gegolten hätte. Da könnte man es dann immer noch so machen, dass man dann einfach nur das Replay auswertet. Ähm, das dazu, hab ich noch was vergessen. Achso, genau, bei den Duellen, wo ich gegen jemanden spielen werde, derjenige befindet sich ja dann auch im Stream. Im Endeffekt ist es mir egal, ob er jetzt in den Stream guckt und abguckt, was ich für Karten habe. Der Stream ist eh 8-10 Sekunden, je nachdem, je nach Verbindung, äh, hinterher. Also so viel nützen könnte das vielleicht nicht. Ich werde es aber so machen, man kann Leuten eine Auszeit verpassen. Das will ich noch testen, ob das klappt. Und dann sieht nur er einzeln das Duell nicht. Alle anderen können dann trotzdem den Stream verfolgen, wenn sie jetzt im Chat warten und gucken oder sonst was. Ähm, ja, ansonsten halt jeder gegen jeden ein Duell. Ihr könnt euch trotzdem zwei Decks zur Hand legen. Das ist mir dann egal, aber dadurch, dass wir keine drei Duelle oder zwei Duelle bei einem Match machen, äh, müsst ihr euch dann vorher gleich im Klaren sein, was ihr gegen wen spielt. Und wer was spielt und welche Decks, möchte ich nicht, dass das schon irgendwer verrät. Das könnt ihr mir gerne schreiben am Duelltag, dann trage ich mir das irgendwo ein. Aber eure Gegner sollten das erstmal nicht wissen. Und ich will auch nicht, dass ihr wieder, oder was heißt wieder, dass ihr falsche Informationen preisgebt in irgendeinem Video von mir kommentiert. Ja, ja, ich spiele, äh, ein weißes Drachendeck und dann spielt er das gar nicht. Und irgendjemand hat sich darauf vorbereitet. Okay, dann ist er selbst schuld, wenn er das glaubt. Aber macht das mal nicht. Bleibt einfach mal geheim damit. Ansonsten habe ich auch eine Facebook-Seite. Darauf wollte ich mal aufmerksam machen. Da habe ich nämlich gestern auch hier die Turnierveranstaltung, äh, tja, eine Veranstaltung geplant. Und, ja, ich wäre froh, würde mich freuen, wenn ihr bei Facebook, sofern ihr Facebook habt, meine Seite mal raussucht und mich da liked. Und dann kann ich euch hier auch als Gäste eintragen. Dann kann man auch hier kommentieren. Dann, wenn der Vorteil ist, oder besser gesagt, mein Nachteil ist, ich habe auf Arbeit keine Möglichkeit in YouTube oder Google oder sonst wo reinzukommen, also Google Docs, ähm, sodass ich euch immer nur morgens und abends antworten kann. Solltet ihr euch aber hier auf meiner Seite, ähm, einloggen und da auch aktiv sein, da kann ich dann jederzeit rund um die Uhr eigentlich antworten mit meinem Handy. Sollte ich mir natürlich auf Arbeit, äh, nicht so offensichtlich machen, dass das keiner sieht, aber ansonsten habt ihr hier die Möglichkeit auf jeden Fall schneller mit mir in Kontakt zu treten. Und, wobei ich natürlich mehr davon habe, wenn ihr in YouTube kommentiert, aber die Nachrichten, die ich so an mein Postfach in YouTube kriege, da habe ich ja jetzt nichts von an Views oder sonst irgendwas. Und, wenn ihr da wirklich schnell eine Antwort braucht, bin ich hier auf jeden Fall schneller zu erreichen. So, wollte ich noch was sagen. Ach genau, am Ende des Streams hatten wir dann eigentlich noch vor, Leute zu spielen oder irgendwas noch zusammen zu machen. Das wäre an sich auch lustig, wenn man das am Samstag genauso machen könnte, falls das Turnier doch schneller geht. Ich weiß ja auch nicht, ob wirklich alle da sein werden und manche Duelle könnten ja auch schnell gehen oder sonst was. Wir müssen das ja auch nicht in die Länge führen, wenn wir sehen, okay, wir verlieren definitiv, können wir ja auch das Duell aufgeben und dann gleich das nächste starten. Aber zu den Gruppendingern muss ich eh noch ein bisschen was überlegen und mit meinem Kumpel und der Webseite absprechen. Ja, wäre es cool, wenn einige von euch sich Minecraft zulegen könnten oder dass die, die es haben, auch installiert ist und spielbereit. Beziehungsweise haben einige von euch ja auch LoL, also Leech of Legends oder Team Fortress kann man umsonst bei Steam spielen. Das wäre eigentlich auch ein super Ding, weil das könnten wir wenigstens auch alle spielen. Bei Minecraft müssten wir uns erstmal um den Server kümmern, das kriege ich vielleicht noch hin. Aber LoL und so, das habe ich gestern schon mitgekriegt. Das dauert relativ lange, sich das zu laden, beziehungsweise das Laden geht noch schnell, aber das Patchen dauert dann ewig. Deswegen, wenn ihr Bock darauf habt, nach dem Stream noch zu zocken mit uns, dann holt euch mal die drei Spiele. Wie gesagt, die sind, okay, bis auf Minecraft, die anderen beiden umsonst. Und gerade so Team Fortress können wir ja auch schön was gegeneinander machen und in Teams und immer dann wechseln oder so. Das stelle ich mir eigentlich ziemlich lustig vor, wenn wir danach so eine kleine Ladenparty noch machen. Und ich denke mal, das würde sich sogar relativ leicht und umständlich nicht umständlich erreichen lassen. Ich glaube, das war es ansonsten, was ich mitzuteilen habe. Ich habe euch auf die Seite, die Veranstaltung aufmerksam gemacht. Huch, ne, meine Ebay-Verkäufe nicht. Ach ja, ein paar von euch haben hier noch nicht zugesagt. Wäre eigentlich ganz cool, wenn das noch geschehen würde. Ansonsten soll es ja um 14 Uhr losgehen. Wenn man natürlich schon 13.45 Uhr da sein würde, wäre das besser für die Planung. Aber das müsste man dann am Ereignistag sehen. Gut. Ach so, eine Sache noch. Ich kriege vielleicht noch einen Teamspeak-Server bis dahin organisiert. Unabhängig vom Stream kann man ja auch im Teamspeak-Server chatten. Und das werde ich dann aber nicht mitstreamen. Also der Stream läuft normal. Das Duell von mir wird dann immer sichtbar sein. Und das wird ja dann auch rund um die Uhr sein. Ich werde ja dann auch gleichzeitig wie ihr spielen. Und halt entweder auch eine chillige Musik oder der In-Game-Sound wird dann abgespielt. Aber unabhängig davon wird auch der Stream, der Teamspeak-Server dann erreichbar sein. Denn dann könnte man sich auch da noch treffen und unterhalten und quatschen und sonst was. Das würde natürlich die Arbeit im Chat auch erleichtern. Wobei das zur Duell-Gegner-Suche natürlich am besten ist. Ehe man da den Teamspeak-Server voll spammt. Denn da habe ich dann den Vorteil, man kann mit euch sprechen. Und man ist halt nicht von dieser Verzögerung auf dem Stream betroffen. Aber das war jetzt nur so ein Gedanke. Ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, wenn euch davon, was ich jetzt so erzählt habe, nicht gefällt. Dann schreibt das einfach. Oder wenn ihr einen Verbesserungsvorschlag habt, einfach schreiben. Und ansonsten, ich glaube, das war es dann. Ansonsten gibt es höchstens morgen nochmal Informationen, falls ich noch zur Webseite und so noch was kriege. Ansonsten dann halt spätestens am Samstag. Gut, also dann, wenn was ist, einfach kommentieren. Und ich freue mich auf Samstag. Bis dann.